moin moin liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge rainbow six siege mit dabei ist der gute kim so und es gibt eine kleine änderung wir spielen heute mal ausnahmsweise ein bisschen touristenjagd die kommen hier ab und zu mal vorbei und gucken so und denken sich alle wir machen so random und so weißt du aber ich hab bock drauf hatten ja klingt schon ein bisschen krass ne nur ein klein bisschen aber ich glaube es hat keiner alles war die auch so ein bisschen der g ne moment geht es um sie kommen trotzdem durch müssen die fenster zu machen die sind drüben auf dem dach das geile ist hier kannst du richtig nice rausschauen braucht da eine hilfe ach der hätte die ganze zeit drüben der typ wollte sich ihre eiskalt rein schleichen jetzt hier nach zehn sekunden mit daraus ganz gern echt keine scheiß kein einzigen schuss auf die jemand ich mache mal die fenster zu wieder will ich hier steht hinstellen so ein bisschen auffüllen die vorräte braucht man immer ich bin echt gespannt wie das so wird hier ist immer noch irgendwo unterwegs erkennt bestimmt kepper spaßt wo bist du da waren das geil ist du musst dir die fenster aufmachen kannst direkt ausschließen da ist jetzt echt doof wir haben ja noch die pistole oder hast du keine pistole meister warum kommen die eigentlich wegen dir was wollen die eigentlich die ganze zeit wir könnten das nächste mal schild mitnehmen geister einschilden schon wieder über die seite sie schießt auf mich soviel zu dem thema von euch brauche ich nicht zufällig irgendwer helfe oder ich nicht insgesamt gar keine ok als nächstes mal nehme ich da echt keine schrubflinde mit ja also hier ist das echt ein bisschen sehr doof das ist natürlich doof aber das machen wir ja das erste mal jetzt wir wussten ja gar nicht was auf uns zukommt da ist so runtergefallen ja doch gefallen bist du schon war geplant aber gefallen ist irgendwer war jetzt gar nicht mal so ungefährlich gut wie idee letzter gegner noch einer da zack headshot dem willst du hier mitmachen auf dir so das auf gegner schießen die sind da drüben wow einen hab ich ich treff sie nicht den ich habe es erst zwei gesehen wollte dass einer runtergefallen dann kann ich leider nicht mehr wiederbeleben das hast du wirklich die werden irgendwo bei dir drüben wahrscheinlich sein können werden die aufgemacht die feindliche aufklärung hatte ich aufgespürt zurückziehen der sound ist so geil man von den pistols gib mir stromschläger na los ich muss bestraft werden ich habe doch gerade einen gehört wo ist ein termite na ja direkt hier er ist mit dem schild reingesprungen der nächste auch der nächste auch wie geil war das denn bitte gerade was haben die gemacht haben sie sich einfach hier vor schieb gestillt oder nein die sind immer wieder reingesprungen wo rein hier komm mal her die haben das fenster hier aufgesprengt ich stand hier und dann sitzt immer rein und BAM rein BAM rein BAM in der Terminaladung oder was nö die haben das aufgejuckelt mit dem achso mit doch ja genau ich habe gerade irgendwie den den im Kopf gehabt wow was schießt denn da wo geht's ab Karriere eins und dran mhm oh man wow stark ich habe einen assist null kills aber stehen mal 2 sind tot nur noch wir hier hast du gut gemacht und zu machen halte ich bereit wieder zum rüber schießen öfter nix alter ach der rennt schon nach oben rum jawoll oh drüben sind zweiter gar noch ich finde das geil wie die einfach stehen bleiben gut jetzt gar nicht mal so schwer ich sehe dich was schießt denn da wir sind direkt voraus ja ist das nur eine endliche Runde ne Cam was hier bei mir hallo Fett ging ja gerade noch gut ne einer und nicht einmal gestorben ja ah schön ja liebe Freunde da war's das mal eine kleine Runde Geisel beschützen ich glaube in der nächsten Folge probieren wir noch ein bisschen was anderes aus aber ich hoffe es hat gespaß gemacht wenn ja lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch auf dem Kanal seid dann Abo ist ziemlich geil und wir schießen das nächste Mal ein bisschen weiter bis dahin macht's gut und May the a the fun be with you bis dahin macht's gut und May the fun be with you Vielen Dank.